Nicht erst das große Fischsterben in der Oder oder die lange Dürreperiode im Sommer haben uns gezeigt, wie nah uns der Klimawandel und wie bedroht unsere Natur ist. Das ist inzwischen kein Thema mehr für irgendwelche Ökos, wie man früher abschätzig sagte, sondern ein Thema, das uns alle angeht. Aber das Bewusstsein, dass es gilt Gottes Schöpfung zu bewahren, ist erst langsam gewachsen. Und häufig waren und sind es andere, die uns erst daran erinnern mussten, dass die Bewahrung der Schöpfung eigentlich eine urchristliche Aufgabe ist. Dazu gehört der Gedanke, dass uns diese Erde nur anvertraut ist und dass mit anvertrautem Gut sorgsam umzugehen ist. Natürlich dürfen wir die Erde nutzen, aber doch nicht so, dass am Ende nichts mehr von ihr übrig bleibt. Die berühmte Aufforderung »Macht euch die Erde untertan« in der Bibel meint eben nicht die Zerstörung ganzer Lebensräume und Ökosysteme und die Ausrottung einer Tierart nach der anderen. Sie ist kein Freifahrtschein, sondern es geht um den verantwortungsvollen Umgang mit Gottes Schöpfung. Und damit geht es auch um all die Lebewesen, die mit uns diese Welt bevölkern. Vom kleinen Käfer bis zum Wal, die Haustiere, genauso wie die Schweine und Kühe, die vielleicht auf unserem Teller landen. Daran möchte das Erntedankfest erinnern, aber auch der Tag der Tiere, den wir in St. Andreas feiern. Jetzt am Sonntag, am 2. Oktober, Erntedank. Nach dem Hochamt werden Federweißer und Zwiebelkuchen beim Frühschoppen angeboten, herzliche Einladung dazu. Und am 6. November findet wieder um 14 Uhr die Tiersegnung statt. Auch dazu sind alle Tierfreundinnen und Freunde herzlich eingeladen. Mit Haustier, aber auch Stofftiere sind herzlich willkommen. Verantwortung übernehmen für Gottes Schöpfung. Dieses Verantwortungsbewusstsein wünsche ich mir auch für uns Menschen und das Klima unseres Zusammenlebens, gerade in diesen Zeiten. Denn Klima meint ja viel mehr als das Wetter oder den Meeresspiegel. Ich habe immer mehr den Eindruck, dass es im übertragenen Sinne auch um das Klima in unserer Gesellschaft geht. Wie gehen wir als Menschen miteinander um? Zwischen Arm und Reich? Hier in unserem Land, in Europa, in der Welt, aber auch in unserer Kirche? Suchen wir Wege des Miteinanders oder geben wir den Polarisierungen aller Art nach? Erntedank und der Tag der Tiere möchten uns an unsere Verantwortung erinnern, dass wir gemeinsam vor Gott stehen und es unsere gemeinsame Aufgabe ist, uns für den Erhalt der Schöpfung einzusetzen. Machen Sie mit! Es lohnt sich!